So, hallo, servus, liebe Fangemeinde, heute exklusiv für euch, für sie, habe ich hier einen schönen Spieß, einen richtig geilen Spieß, und zwar vom Rehrücken, aus den Hohenloher Wäldern. Natürlich hier von uns verarbeitet, veredelt Rehrücken mit getrockneten Pflaumen und ein Speck vom schwäbisch-herlischen Landschwein als geiles Grillstück aus der Hohenloher Jagd, von den Bauern der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft veredelt. Dann könnt ihr das gleich mitnehmen, den Einkaufslink findet ihr unter dem Video. Dann packe ich es euch ein und dann nehmt ihr das gleich mit. Gibt ratz patz, einmal so, so und natürlich wie immer, tschau.